Happy Halloween! Johnny, du Schwein! Der Ninja wird dich fertig machen! Hallo Leute, ich bin Back und ich hab hier richtiges Fruchtfleisch dabei. Oh, so wie ich's liebe. Gemüse. Nur Gemüse. Ich hab auch die Ninja-Hände mitgebracht. Ninja-Power hier. Ninja-Verwandlungstrick. Hurra! Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Heute machen wir eine schöne Kürbissuppe. Ein Tisch voller Gemüse. Das gefällt mir. Kartoffeln. Den Tisch hab ich frau natürlich desinfiziert von dem Fleisch. Es wird auf diesem Kanal nie wieder Fleisch geben, das verspreche ich euch. Ja, hier noch ein bisschen Kürbiskerne. Irgendwer. Und Johnny wird auch nie wieder kommen. Dafür hab ich gesorgt. Etwas Kürbis und Poree. Natürlich auch noch etwas zum Aufkochen oder Anbraten. Gemüsebrühe. Und Öl. Das brauchen wir auch. Kaminanzünder. Ich kann die Grünen verteilen. Ja, schön. Und ein Dutch Oven. Noch nie wo Fleisch drauf war. Ja, draufsetzen. Schön sauber. Jetzt ein bisschen Öl rein. Damit man es schön anbraten kann. So, jetzt nehmen wir das Gemüse. Und platzieren sie schön auf dem Brett. Und... Ninja Schneidetrick. Ja, jetzt ist es schön geschnitten. So einfach geht das bei den Veggie Ninja. Ja, jetzt ein bisschen Kürbis. Kürbis Alarm! Ja, schön in den Dutch Oven rein. Das sieht sehr gut aus. Veggie Power Rührtechnik. Jetzt alles umrühren. Veggie! Und jetzt kommt der restliche Gemüse rein. Karotten. Kartoffeln. Und Sellerie. Jetzt nehmen wir das Poree. Lauch und Zwiebeln. Auch einer mit. Ja, schön. Das sieht ja schon super aus. Was für ein schöner aromatischer Duft. Ich spüre schon die Veggie Power in mir. Wow! Ein bisschen Schärfe fürs Gemüse schadet nicht. Die Ninja Schärfe. Zwei Chili Schoten und ein Stück Inver. Die genauen Rezeptangaben findet ihr in der Infobox. Wie bei Johnny. Aber jetzt ist es der Veggie Ninja Kanal. Und wir rühren weiter um. Das duftet schon. Super. Zucker ist nicht nur für die Girls. Das macht auch den Ninja stark. Jetzt tun wir zwei Teelöffel Zucker rein. Und verfeinern das Ganze. Ein bisschen total. Ein bisschen total. Ah, das Kill Show Salz. Die letzten Überreste von Johnny müssen vernichtet werden. Und noch etwas Pfeffer dazu. Bald wird es das Veggie Ninja Salz geben. Und Johnny wird vergessen sein. Wir rühren das Ganze nochmal schön um. Veggie Rührtechnik. Johnny du Schwein. Jetzt bald habe ich mehr Power um dich zu schlagen. Und du wirst Niederlagen erleben. Noch nie. Ja. 0,3 Liter Orangensaft. Und 1 Liter Gemüsebrühe. Da schütten wir das rein. Und verteilen alles schön. Ja, alles rein damit. Und den Rest auch noch. Jetzt noch eine halbe Zitrone. Ninja Faust. Ja. Komm alles raus. Ja. Ja. Jetzt alles nochmal umrühren. Und weiter rühren. Alles schön verteilen. Das sieht super aus. Deckel drauf. Und ein bisschen Kohle. Bei leichter Hitze. Schön verteilen. Dienste Rolle. Nach etwa einer Stunde verfallen wir das Ganze etwas mit Muskatblüte. Deckel hoch. Ja schon. Und jetzt verteilen wir die Muskatblüte über die Suppe. Sie sieht ja schon fast rot aus wie der Tokyo Tower in meiner Heimat. Das verleiht mir noch mehr Kraft um Johnny zu schlagen. Die Sonne geht unter. Die Suppe ist fertig. Das gibt Veggie Power. Huah. Huah. So. Top hinlegen. Huah. Kawasaki. Konnichiwa. Kamakura. Jetzt kommt der Veggie Mixer zum Einsatz. Schön umrühren. Und alles klein machen. Ja. Jetzt so lange rühren bis alles furiert ist. Und weiter. Ja das sieht ja schon sehr fein aus. Ach dritte Hand. Ist zu mir übergelaufen. Ha 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 ha. Und ja die fehlt ja auch. Bisschen Salz zum Nachwürzen. Ja schön. Und dann noch etwas Kokosmilch rein. Alles schön pürieren. Und dann alles reinmixen. Und gleichmäßig verteilen. Das wird ja super cremig. Ja. Nach einer gewissen Zeit haben wir jetzt das Ergebnis. Das sieht schon sehr cremig und lecker aus. Es hat so viel Power. Da braucht man keine riesen Portionen. Eine kleine Schüssel rein. Eine Kelle. Oh. Da passt noch eine Kelle rein. Ja. Das wird ausreichen. Jetzt nehmen wir Kürbiskernöl. Einen Schuss rein. Und ein paar Kürbiskern drauf. So. Es ist noch nicht genug Gemüse um Johnny zu schwächen. Nehmen wir an der Hand. Petersilie. Und eine Kürbissuppe rein. Kamakura. Kawasaki Mitsubishi. Eine Kürbissuppe ideal für den Herbst. Auf diesem Kanal wird es nie wieder Fleisch geben. Das verspreche ich euch. Jetzt kosten wir mal die Suppe. Ja, das sieht doch geil aus. Jeder Horror muss auch ein Ende haben. Super. Ah. Was haben wir denn hier? Oh nein. Gemüse. Eintopf. Irgendwas. Bacon. Fulgas. Bacon rein. Eine Handvoll Bacon. Mehr. Den ganzen Teller rein. Dann braten. Ja, schnell, schnell. Bevor der Topf da hinten kalt wird und rein. Ah. Endlich kann ich mir ne Keller da raus nehmen. Und Kraft schöpfen. Oh ja. So schmeckt die Suppe gleich viel besser. Und mit ein paar Bacon-Coutons. Da kann man gut was zünden. Hüah. 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 Ja. 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 Hier ist mein Rezept. Hüah. Niemals. So. Ab in den Hals hier. Ach. Das Grünzeug da. Aber egal. Ja. Nebenher gekellt. So. Die Deko nicht mitessen. Boys and girls. Ich hoffe. Ihr seid nicht zu erschreckt. Und hab nicht der Bonation gemacht. Aber. Bollert euch rein. Haha. Bis bald. Hüah. 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 Hüah.